Herzlich willkommen! Als erstes möchte ich dir gratulieren, dass du dich entschieden hast, mein kostenloses Video 3 Tipps, wie du mit Facebook die Werbeanzeigen kannst, Neukunden gewinnen, anzuschauen. Facebook ist das grösste Netzwerk der Welt. Das gehörst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Das heisst, es tummeln sich tausende Menschen auf Facebook, die potenziell dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen würden. Aber wie kommst du an die Leute hin? Ich gebe dir in diesem Video 3 einfache und simplen Tipps, die du die Menschen erreichen kannst. Zuerst eine kurze Erklärung, was eine Facebook-Anzeige überhaupt ist. Eine Facebook-Anzeige ist ein gesponsorter Beitrag. Das heisst, du postest ganz normal etwas auf deiner Fanseite. Du musst es auf deiner Fanseite posten, weil auf deinem normalen Profil funktioniert das leider noch nicht. Und genau aus diesem Post kannst du mit ein paar ganz einfachen Klicks deine Werbeanzeige daraus machen. So hast du eine fantastische Möglichkeit, mit sehr wenig Geld tausende potenziellen Kunden zu erreichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020